Hey Leute, da sind wir wieder bei Rayman und sind gerade auf dem Weg nach oben zu Laptis. Beziehungsweise zur Macht von Laptis. Und ich bin sehr gespannt, ob wir die kriegen werden. Also ob André die kriegen wird. Ja, boah, Gott sei Dank ist das geschafft. Stell dich vor, wir hätten den ganzen letzten Part, der ging zwei Folgen lang, nochmal machen müssen. Unvorstellbar. Prima. Sonst auch nichts zu tun. So, hier hat... War was? War was? Guck mich da raus. Äh, so weit nicht. Hier kann ich durch. Hilfe. Oh, hier ist... Turm. Was ist denn da? Oh, der Vogel. Hier. Und drei kleine Schweinchen. Und ich bin der böse große Wolf. Hilfe. Hilfe. Da unten war auch noch ein Schwein. Drei sogar. Ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, gehen wir auf Schweinejagd. Das ist gerade... Ja, die Dinger sind eigentlich so ähnlich. Oh doch. He he. Nicht nett. Ach, die Dinger sind das wieder. Die hatten wir doch schon in der Schneewelt einmal. Hilfe. 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 So, komm ich hier irgendwie hoch? Na ja, komm ich auch mal nicht dran. So. Boah, Schein gehabt, ne? Ja, ich weiß, dass da oben so ein Ding drin ist. Ich überlege gerade nur noch, wie ich das da rausbekomme. Ich komme schon hier hin. Geil. Hilfe. Da komme ich so noch nicht dran. Das ist schlichtweg einfach so. Okay. Okay, da habe ich so ein Ding. Okay. Da ist da drüben, hinten. Da kommt. Pang. 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 geht doch ne ah, immerhin ist da das Ketten-Ding oh, die muss gleich ließen so scheiß Heuschnupf was sind die denn? Hilfe na, ich geh mir eben erst das Leben hier runter holen so geh, oh 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 Oh, was denn jetzt noch? Was ist die allgemeine Musik hier? Hilfe. Hilfe. Hab's gehört. Wunderbar, nicht durch. Hilfe. Aaaaaiaiaiai. Hilfe. Tups. Hey. Mal ganz schnell nach da oben. Ach, wo ich noch hin muss. Was mir gerade einfällt, ist ja natürlich... Natürlich. Ich bin verfolgt. Ich bin verfolgt. Ich bin verfolgt. Ich bin verfolgt. Hierhin! Ja. So. Hilfe. 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 So. Oh, fuck. So. Wow. Ist da fast reingefallen. Mann, du Mann. So, ist mir da hinten noch aufgefallen. Oh. Das... Hilfe. Nein! Och, Mann. Boah. Deck mich, ey. Knapper Scheiß. Hilfe. 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 So, da hinten geht's auch noch mal hier hin. Ja. Hilfe. Hilfe. Fuck. Was wurde dadurch denn jetzt geöffnet? Ach, das ist... Muss also irgendwas drauf. Okay. Die Frage ist was. Was? Was? Ach, das gibt's nur nicht. Hilfe. Was? Ja. So. Ich weiß wie. Come on, das muss reichen. Ich bin zu langsam. Ich bin nicht ganz drauf. Fuck. Ich muss so stehen und dann schießen. Ja, das war zu langsam. Oh Gott, ich... Oh Gott, ich... Oh Gott, nein! Nein! Okay. Okay. Wie soll das denn gehen? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Come on. Das muss gehen. Ja, ja, ja. Oh knapp! Peng! Oh, ich steh nicht drauf. Oh, Looping! Oh, ich steh nicht drauf. Ah, zu langsam. Bilder schaffen! Mann! Hilfe. Das war zu langsam. So. Jetzt vielleicht jetzt. Come on! Oh, so knapp. Jetzt aber! Oh, Mann! Komm schon! Komm schon! Das dauert zu lang! Das dauert zu lang! Warte mal! Denn... Ne, ich dachte vielleicht, aber es geht auch nicht. Was ist das denn da? Ach, ich dachte, man könnte da drauf landen. Das hat nicht mal so schön angeboten. Oh! So. Kann man hier drauf? Nein, kann man nicht. So. Nein, kann man nicht. Soll ich wieder drankommen? Mann! Wofür ist denn der Ballon gut? Nein! Wofür ist denn der Ballon gut? Ähm! Wofür ist denn der Ballon gut? Es geht gar nicht. Nein! aber so knapp immer. Ich stehe nicht drauf, okay. Komm schon. Ja, ja, ja. Boah, war das knapp, Leck mich, ey. Okay, das war ein zu großer Bogen. Alter, war das knapp. Hilfe. 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 Das von hier ist überhaupt irgendwie da an. Ja. Von hier aus geht's auch noch. Hilfe. 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 Ein Problem. Von hier aus. Ein Problem. Ja, das geht auch zu schnell wieder zu. Und statt... Essen machen. Er kann mir hier irgendwas... drauf bringen. Hm. Da oben muss ich übrigens hin. Können wir eben wissen, was man für einen scheiß Luftballon hier machen kann. Gar nix. Hilfe. Und den Schalter kriege ich auch nicht kaputt. Das hier auch nicht. Hilfe. Ich kann hier sonst aber auch nicht steuern. Ich kann hier sonst aber auch nicht steuern. Ich schieße durch mich durch. Ist klar. Oh, ich stehe gar nicht drauf. Oh. Hm. Hilfe. Ist mir jetzt scheißegal. Ja. Ich will das aber schaffen. Ist mir nicht scheißegal. Hilfe. 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 Ich will nicht damit irgendwie... Hilfe. Hilfe. Hey Leute, ich mach hier mal ne Pause. Und guck mal, ob ich es schaffe. Ich werde es unbedingt schaffen. Und dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann.